Moin Leute, ich grüße euch. Ja, das ist mein persönlicher Weihnachtsgruß an euch. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ja, und möchte nochmal kurz darüber informieren, wie es mit meinem Kanal jetzt weitergeht. Ich bin hier gerade mit dem Hund spazieren. Ja, wir haben jetzt einen Hund. Und ja, ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, Videos zu machen. Ich wollte ja ursprünglich wieder drehen mit den Nutzfahrzeugen, ein Thema, was mich ja wirklich interessiert. Aber ich habe so viele berufliche Herausforderungen gerade mit. Ich habe ja jetzt ein Malereiunternehmen gegründet und ich habe ja den Markisen-Shop. Und ja, es ist so, so viel zu tun. Und ihr habt sicherlich auch gehört, im Einzelhandel, da ist auch ein Kundeneinbruch gerade. Das heißt, ich habe an anderen Baustellen zu tun. Mir geht es aber gut und es kommen auch wieder Videos, aber wesentlich weniger. Also am Anfang, als ich mit YouTube angefangen bin, da habe ich mir ja im Prinzip meine Fragen über Elektromobilität selber beantwortet, weil es gab ja nichts, nichts. Und jetzt, da gibt es so viele Kanäle, also wenn ihr Fragen habt, da findet ihr immer eine Antwort auf die Frage, da braucht es meinen Kanal eigentlich gar nicht mehr. Und so mache ich ein bisschen Videos, wenn ein Thema ansteht oder Holger und ich Lust haben und sonst lassen wir es sein. Und ich wollte mich hier mal kurz melden bei euch, mich bedanken für die Treue. Also wenn ich ein Video veröffentliche, habe ich ja immer noch Zuschauer, gucken immer noch Leute zu. Und es werden auch fleißig Kommentare abgegeben. Ja, also dafür vielen Dank und schöne Weihnachten wünsche ich euch. Und falls wir uns nicht mehr hören, auch einen guten Rutsch. Euer Dennis. Also bis dann, macht's gut.